Das wasserdichte Mini-Einstechthermometer gehört zu den unverzichtbaren Basics im Lebensmittelbereich. Es ist nach HACCP zertifiziert und wird in zahlreichen Betrieben eingesetzt. Von Küchen und Laboren bis hin zur Industrie. Mit dem Mini-Thermometer messen Sie Luft und Kerntemperatur völlig unkompliziert. Und nach der Messung legen Sie es einfach in die Spülmaschine. Das mitgelieferte Schutzrohr schont die Messspitze im Arbeitsalltag. Erfahren Sie mehr über das Mini-Einstechthermometer bei Ihrem Fachhändler oder direkt bei Testo.